Okay, like a G6. Heftig. Ich bin voll doof. Also Alkohol und so. Nichts anderes. Ja? Ja. Weißt schon, das kommt auf YouTube oder so. Aber stell es von vorne bis zum Ende rein, okay? Alle. Ja. Egal wie sehr ich abkacke, okay? Willst du auch irgendjemanden grüßen oder so? Ja, ich grüße Tobias Kasten, Flur Kasten, Balkan, Chillic. Oh, was geht los? Ich fick euch alle. Fuck, ein Mist schon. Was geht denn ab? Konzentrier dich. Du spielst auf Hartz, okay? Jo. Gut. Oh, Judith, hör auf zu schreiben! Willst du Judith auch noch grüßen? Judith, alles... hallo. Alter. Ein, zwei Messern. Ich weiß, es ist peinlich. Ich zock. Ja, du bist halt nervös und so, Kamera. Kenn ich. Ja, ich bin voll der Noob und so. Ich stell mir vor, ich packe jetzt die Millionen und wir filmen es auch noch. Ja, das wird so perfekt sein, aber... Nee, ich weiß nicht. Ich glaub, ich hab... Ich hab mir jetzt eine Fliege in den Mund geflogen. Deswegen hab ich jetzt ein paar Mist gemacht. Würde ich jetzt auch sagen. Nee, da, guck mal auf mein Bein. Was? Auf mein Knie, du Lappen! Da war grad eine Fliege, die ist mir in den Mund geflogen oder sowas. Wie viele Punkte hab ich? 300... nein, 260.000. Schlecht, Mann. Egal, was für ein Ergebnis ich mach, das kommt rein, okay? Ich bin schwul, ich grad am zocken bin, ich kack grad übertrieben hab. Ja, Leute, eigentlich bin ich besser und so. Ja, die Kamera macht dich nervös. Ja, die macht mich echt nervös und so. Ich bin einfach viel zu betrunken dafür. Hast du auch keiner wissen. Ich hab'n steifen Penis. Ich möchte dein erregtes, pulsierendes Glied in meinem ausgeleierten Anus spüren. Kommt das gut bei YouTube? Ja, danach muss ich noch zensieren oder so. Einen Scheißdreck noch so. Hallo YouTuber, ihr Lappen. Du könnt mich in Facebook auch gern adden. Adri, fang mich, wenn du kannst. Keine Verarsche. Wie viele Punkte? Ich bin von der 15-20-20. Ich bin so schlecht. Ich wollt' heute echt die Millionen knacken, aber mit so nem... ...Ergebnis geht das mal gar nicht. Ja, Alkohol. Fuck off. Mach mir mein Bier auf. Ach, du kannst es ja nicht. Spaß. Oh, wie es grad gefickt hat. Äh, gespeckt. Geil. Mist. Geil. Android ist scheiße. Kauft euch ein iPhone oder so. Ja, auf Android kann man nicht zocken. Mein iPhone war auch mal cool. Du... Ja, ich hatte mal... Ich hatte mal ein iPhone 4s. Und irgendwie... Es ist kaputt gegangen. Adrien, aber nicht was? Es ist noch nicht ein iPhone. Doch, hatte ich. So, warte. Ja, chill. Ich weiß, ich bin schlecht. Guck, jetzt kackt's wieder ab. Jetzt warte, pass auf. Guck. Okay. Aber du... Sieht man in deinem Video schon.